Hi Lucky, du bist heute als Kapitän aufs Feld aufgelaufen. Was bedeutet dir das auch die Verantwortung zu übernehmen? Es ist natürlich geil Kapitän von dieser Mannschaft zu sein, das sind alle super Jungs und es macht mich stolz. Ich war schon hier Kapitän, jetzt bin ich wieder Kapitän. Ich hoffe, dass uns das Glück bringt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir weiter erfolgreich spielen und heute leider nur ein Punkt, aber Punkt ist Punkt, den nehmen wir mit. Willi, 2 zu 2 in Aalen, wieder nicht gewonnen auswärts in dieser Saison, wieder ein spätes Gegentor. Wie fühlt sich das an, direkt nach Schlusspfiff? Also jetzt gerade sehr, sehr ärgerlich ist das. Aus meiner Sicht war das ein unberechtigter Elfmeter. Was sollen wir machen? Wir müssen den Punkt mitnehmen und nach vorne schauen. Was ist da an deinem Auge passiert? Kannst du uns das noch mal kurz erklären? Kopf gegen Kopf, ein bisschen Platzwunde, aber das passiert. Wird wieder gut. Alles klar, Dankeschön.